ARD Text im Auftrag von Funk Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Hallo! Wo werden Sie noch? Sie meinen, Sie haben jetzt wieder erreicht? Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch einen Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt. Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Da kann man nix machen. Aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Hast du das getan, George? Es... Welcher Wahnsinnige steuerte sie, Vollidioti? Es ist, wie ich's sag. Du kannst nicht mehr aus dem Haus kriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Ich wollte durch meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Wir setzen uns nicht? Wir spielen uns immer noch einenkaha-iba. Wir nehmen die nur und filmen denen wir St. Bird gegen mit einem Flugzeug verhindern. Wir brauchen noch irgendwelche Dinge aus der Welt zu bezahlen. Wir haben verschiedene Auftragini und haben viele da bes 권�se�nte. Vielen Dank.